Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? Artyon, bist du okay? Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnel ist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Ja, Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Die sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homonovus, der nächste Schild in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe. Mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homonovus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. Zehn Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Die Schwarzen! Sie haben den äußeren Wachposten zerstört! Die Schwarzen! Die Schwarzen! Die Schwarzen! Die Schwarzen! Werden! 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 Weiss der Teufel, was da draussen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Aktion. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Aktion. Enttäusch mich nicht. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis. Verstehst du? Untertitelung des ZDF für funk, 2017